Die Leute hier in dieser Moin und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren Kleidfolge Minecraft Wir spielen eine Runde Skywars auf dem Twerion.net.de was auch immer selber Oh nice und wir haben eine Tierbrust bekommen. Das ist natürlich ein sehr geiler Anfang. So, wir fliegen jetzt wahrscheinlich gleich runter aufgrund meiner extrem Jump One Skills. Ist hier noch was drin? Ist hier noch was drin? Ne Wär auch zu schön gewesen irgendwie. So, du hast auch eine Tierbrust. Oh, hab ich ja ein Tierbrust. Das finde ich uncool. Oh, ja komm runter. Zack, nice. Da haben wir ihn und die Heilung war im Grunde sogar nicht einmal nötig. Lol. Was war das gerade? Wäre ich blöd oder fliegen da die ganze Zeit irgendwelche Sachen? Wahrscheinlich schon Einbildung. Alles klar, der gönnt sich auf jeden Fall gerade richtig hart in der Mitte. Wer hat ihn versuchen in Lava zu placen? Weil ich glaube, damit habe ich dann doch einen größten Vorteil. Okay. Er hat natürlich jetzt mittlerweile ziemlich geiles Sequoia. Aber wie gesagt, solange er keine Feuerresistenz intus hat, habe ich dann doch gute Chancen gegen ihn. Oh lol, als ob er das jetzt nicht checken würde. Hoi. Als ob er das jetzt gerade echt nicht gecheckt hätte, ey. Und als ob der jetzt so gepökt. Oh nice, den haben wir ganz schön zernommen. Also, na komm, danke. Oh, er weiß es okay. Oh, vielleicht beim nächsten. Aha, komm, 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 komm. Na, er lauft noch einen Schritt. So, dann machen wir es auf die klassische Art und Weise. Placen sich jetzt wieder in Lava, so wie wir es damals immer gemacht haben, ne? Als er noch jung war, mit den Typen, die nichts gecheckt haben. Ah, komm, komm, komm. Lol, okay, er hat ein gutes Schwert, aber der fliegt. Alles klar, auf jeden Fall. GG an dich. Für den Move. Aber das bringt dir nicht viel. Weil du jetzt trotzdem fliegen solltest, oder? Fliegst du? Oh, Junge. Du bist viel zu übermotiviert. Ne? Oh, ist das gemein. Ey, ich muss sagen. Guter Gegner. Auf jeden Fall. GG. Dir würde ich sogar den Sieg gönnen. Aber, er müsste jetzt sogar schon relativ low sein. Ich könnte jetzt natürlich runterhippen und so auf Blockhippen probieren. Ah ja, ich probiere es, glaube ich, oder? Ich hole mir jetzt noch den Apfel rein. Dann renne ich runter. Mach es einmal G und dann... Jetzt geht es darum, wer stirbt eher. Ha, GG. Auf jeden Fall gut gespielt. Muss ich sagen, wie du dich hier noch gerettet hast, hast du, ja, kann man sich mal geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Folge. Bis gleich. Und da sind wir zurück in der zweiten Runde. Diesmal spielen wir aber auf dem GOMAHD.net-Server aus dem Ein... Ich wollte eigentlich gerade nicht das wegwerfen. Aber egal. Der Scheiß ist jetzt nur... Einer von uns beiden wird draufgehen. Und das bist du, mein Freundchen. Ja. Kommt gleich noch der zweite dazu und dann wird es lustig. Oh man, ich habe keinen Bock. Das ist so nervt. Oh, ist das nervt mit so zwei Typen. Ich könnte mich natürlich jetzt wegporten, ich weiß. Ich trinke jetzt mal ganz kurz was. Na. So, reicht das? Geht das gut? Geht das gut? Ich backe fest. Alles klar. Alles klar. Ich backe fest. Natürlich backe ich fest. Und das kostet mir natürlich erstmal so viele Herzen. Okay, wir haben uns jetzt erst einmal halbwegs gerettet. Aber jetzt wartet der natürlich auf uns. Es war so klar. Es war einfach so klar, ja. Und dann kommt er auch... Oh. Meine Fresse. Oh, und dann ist da ein Schild, ey. So. Gut. Den haben wir jetzt schon mal, den einen. Oh, ist das niedlich. Oh, das ist echt ein fairer Spieler, muss ich sagen. Das ist, das ist, das ist fair. Also das lobe ich mir wirklich. Ich muss jetzt aber schon mit dir kämpfen, ne? Das ist leider Sky Wars. Tja. Denkste wohl, ne? Aber guter Versuch. Dann wäre es auf jeden Fall irgendwie, dass ich hier so rein... Ne, aber vergiss es. Komm, 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 komm. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ja, nice. Alles klar, Leute. Die spinnen wir... Alles klar. Ne, aber auf jeden Fall Lob an dich. Sehr fairer Spieler. Hättest du mich auch einfach killen können. Muss ich sagen. Echt gut gespielt. Solche Spiele, dann macht das gleich viel mehr Spaß. So, wir haben jetzt noch drei Spieler übrig. Ich habe halt gegen weder den einen noch gegen den anderen eine Chance. Lol. Bleib auch mal. Das sind echt, also muss ich sagen, die Leute hier in dieser... Diese Runde sind sehr fair und lassen mich auch einfach mal so gewinnen, muss ich sagen. Respekt an euch, Leute. Das ist doch hier phänomenal. So, Leute, das war es mit dieser kleinen Folge Minecraft Skywars. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich weiß, der Ingame-Sound war leider weg. Das habe ich gerade bemerkt. Das tut mir sehr leid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.